Also okay, ich habe jetzt viel Bullshit da drin, ne? Alter, wie wir hier leveln... Ich finde es aber irgendwie auch geil, muss ich sagen. Irgendwie bockt es. Macht echt Spaß. Ich meine, ich muss sagen, ich spiele Nether eigentlich echt nur, um die ganzen Viecher abzumetzeln, weil das einfach Bock macht. Ja, und das macht einfach noch mehr Bock. Weil es so Survival-Feeling hat. Es ist halt echt so, viele Spiele, die werden so mega kotzig, wenn du hackst. Oder, sag mal, wir haben jetzt nicht gehackt, ne? Nicht damit hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. Wir sind die Geilen, ihr nicht, also fest euch. Spaß. Ähm... Ja, aber... Es macht doch eigentlich Spaß. Bei Nether ist halt echt cool, dass es trotzdem noch Spaß macht. Ich mache mir darauf, bringe ich jetzt erstmal einen Rockstar, ja? Ja, mach dat. Hast du dir verdient. Ja. Könnten wir uns auch mal ingame jetzt kaufen. Ja, genau. Ich kaufe mir jetzt so ne Wasser... Und jetzt kriegst du mindestens genauso viel Geld wegen diesem Product Basement, wie du in Nether hast. Ich glaub mehr. Einmal weil ich geil bin. Spaß. Okay. Wollen wir los? Jetzt denken auch alle, wir sind so voll die Arschstecher, weil wir halt so richtig so... Ja, wir sind so geil und so, wir sind die Besten und sowas, wir so voll so... Wir haben halt YouTube Money und ihr nicht, aha! Ja, genau, ist klar. Ja, stimmt natürlich nicht. Wenn wir uns selbst so hypen, ne, aber... Es ist einfach, weißt du, wenn man das hat, dann... Dann feiert man's. Es ist irgendwie witzig, einfach. Nehmts, äh, versucht's mit Humor, äh, mit Humor zu nehmen. Wir sollen's dir mit Humor wegnehmen. Alles klar. Wenn nicht, dann verpisst euch! Hab ich jetzt nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Hast du nicht gesagt! Hast du nicht gesagt! Hast du nicht gesagt! Okay. Was ist jetzt los? Lass mal, lass mal weiter. Ach, First Aid Kit, komm. Ähm, nehm ich jetzt einmal mit, hier. Kann da wieder was reinputten. Ich bin eigentlich dafür, wir kaufen noch ganz viele Schlüssel. Ach, das heißt... Alter, das ist ja mega wenig. Ich hab genauso viel dabei, wie ich, äh, wie in meinem, äh... Also vom Gewicht her, wie in meinem, äh, in meiner Wardrobe-Dinger da... Ah, fucking. Global Inventory. Was hast du gesagt? Äh, ich bin geil und du nicht. Ja gut, dann nehm ich doch noch Schlüssel mit. Sieben, weil ich nett bin. Ja, weißt du, dass es noch geiler ist? Ich kauf mir jetzt erstmal hier Shotgun-Money. Oh, Leute, Map. Ne? Items. Ah! Okay, klar. Also, wir chillen jetzt hier, bis der nächste Angriff kommt. Es soll generell mal irgendwie was gehen. Hier ist dann nicht mal ein Loot Drop oder... Hier ist halt echt grad gar nix. Ja, weißt du, warum? Großer Escort. Weißt du, warum? Ja, weil wir da schon alles geklärt haben. Weil wir grad eben hier waren. Stimmt, wir haben zwei Salves zu uns geklärt und Reaper. Einfach mal so eiskalt. Total geil, Alter. Ja. So, der Schrotze ist full. Und Sniper. Sniper! Sniper! Kann ich sagen? Wir können ja noch warten, bis Park ist. Den Never Search, den kriegen wir jetzt nicht mehr, ne? Ne, leider nicht. Never Reparenten auch nicht, oder? Es müsste, es müsste Autos gehen. Drei Minuten, los, schnell, Speedhack. Ja, genau, Speedhack. Hab ich auch voll drauf. Ich tippe mal in den Chat, äh, Hashtag Speedhack ein. Äh. Ja, ne, klappt nicht. So, und jetzt, jetzt ist es jetzt noch ein Attack, dann würde ich ihm richtig geilen Headder geben. Hab ich no scope hinter dem, bam. Ich bin jetzt, oh, Alter, hier ist einer Level 50. Boah, siehst du das? Äh, wenn du in den Chat gehst, steht da Players. Und da kannst du scrollen und siehst auch deren Level. Lass den killen! Pikachu TM. Oh, Kleinsport. Kleins, hier ganz in der Nähe. Mhm. Ne, leider nicht. Scheiße. Scheiße. Alter, der Lootjob ganz hinten am Eck. Ja, Mann. Ja, weißt du, jetzt haben die gesehen, dass ich hier einen Sniper hab. Jetzt wollen die mich hier... Aha. That's my shit. Na, 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 na. Okay. Aber voll geil, dass wir jetzt auch so richtig, ähm, Peders-mäßig. eine Verteidigung dazu bekommen haben. Ja, wo sieht man das eigentlich? Weiß ich nicht, auf jeden Fall spür ich's. Ah, da oben ist ein Watcher. Sniper den da weg. Guck mal, geh mal hier raus. Oh, ja. Sniper den Watcher mal weg. Ich level noch kurz irgendwas. Klappen. Bist du der einzige mit mir da draußen? Kannst du nachchecken, ob jemand kommt oder so? Gehst du hier hoch auf den, auf den Turm da und checkst dir nach, okay? Digga. Ich bin Harry Spotter, ja. Scheiße. Harry Spotter. Ich bin Snaper. Ich bin das so schlecht. Snaper und Harry Spotter. Okay. Okay. Satz alle weg. Oh, geil, alter! Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Der ist, der kommt. Ja. Der hat mich, der hat mich wieder rein. Der hat mich, der hat mich, der hat mich angewatscht und mich gleich gesehen. Willst du dich nicht killen? Alter. Ah, okay. Ich habe ihn one-hitted. Naja, two hits. Ich habe ihn, ich habe ihn nur einmal getroffen. Ich habe ihn einen hit no scope gekippt und ihn gekillt. Auf dem Dach, nicht? Ging der daneben? Da ist ein Watcher-Auge, wenn du willst. Alter, wie die trocken, ey. Hätte alles einmal liegen lassen. Da ist noch ein Vieh. Und ich will ja die Cain-Gun ausprobieren. Die wirklich zieht. Ups. Lappen! Okay, geil. Ich hätte es noch einen Watcher. Ich weiß nicht, wer das anhält. Willst du den? Äh, das musst du erst mal skillen. Ja, ich weiß aber nicht, welcher Taste. Warte mal, ich guck mal nach. Skillen, musst du das erst? Ja, habe ich auch schon gemacht. Machst du echt? Ah, links alt. Ja, scheiß Dreck, klappt nichts. Alter, ich habe ihn voll eingegeben. Oh, scheiß drauf, ich loote den Kack jetzt auch hier. Okay. Ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche auf jeden Fall einen Meter Blut. Wenn ich wen angreife, laufst du schnell wie ich hier rüber. Die 10 Meter. Okay, wir gehen einfach einen Schritt raus. Wir haben Schiss, wir haben richtig Schiss, dass wir irgendwie verrecken würden oder sowas, ne? Ja, gut, es geht. Ich fühle mich relativ safe dadurch, dass wir halt jetzt echt mehr Defense haben. Ich lege mal kurz mein wenig Muni weg, weil ich habe jetzt 260 Muni und ein Sniper. Ja. Ja. Ich lege mal 40 Muni, lege ich mal rein oder 30 oder sowas. Dann freut sich der, der mich tötet. Wise old black man has been killed by a Shrieker. Haha! Geiler Name. Bleibe ich jetzt im Chat, alter. LOL, du Noob. Boah, Alter. Ey, willst du die Muni haben, weil sonst schmeiße ich sie jetzt auf den Boden. Gubi. Welche Muni? Äh, für die, ähm, für die ACP. Wie viel? 220. Äh, ja. Liegt da. Das sind immer noch viele Lopes, ne? Ja. Ich glaube, du brauchst sogar so viel. Komm, wir machen jetzt irgendwas geiles. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Fett ist der Escort Mission. Lass Escort Mission machen. Ja, lass dann mal abchecken. Wir geben jetzt, wir geben uns die ganze Never Scheiße. Alles was man machen kann. Ja. Ich mein, das ist ja ein Explain. Wir wollen ja auch was zeigen. Ja. Witzig, spritzig. Hahaha, Kubi ist lustig. Scheiße, Alter. Alter Nico, mit welchem Spaß nimmst du auf? Ja, das frage ich mich auch gerade. Schreibst du das dann noch in die Comments? Ja, das schreibe ich dann. Okay. Dieser CubeSide ist total erspast, Alter. Ja. Das habe ich ja schon gewusst, bevor ich mit dem gespielt bin. So ein Huren sonst. Ich hab den, ich hab den, ich hab den so gecheckt, so weißt du, YouTube. So billig geguckt, ne? Hab ich so gesehen, CubeSide, mit dem will ich irgendwann mal zusammen zocken. Aber nur, damit ich danach selbst als Kommentar in meinem letzten Video unterschreiben kann, boah, ihr seid solche Lappen. So. Ich bin da. Woanders. Oh, ohja, geil. Oh, hier Kathedrale irgendwas. Irgendwie... Geht's hier nicht lang. Kein Bock zu looten. Echt? Hier ist aber auch nichts zu looten. Lol, das Escort-Ding ist weg. Boah, Alter, weißt du, was ich jetzt richtig Bock hab? Jetzt hab ich irgendwie, weißt du, das ist natürlich asozial, jetzt hab ich Bock, Leute zu nerven. Hm, ich glaub, das kommt halt auch, wenn du einfach das Imbar equipped hast und zu viel Muni hast, dass du dann halt einfach Spieler equipped bist. Hier lass mal hier rein. Oder gibt's hier was? Ich geh kurz mal hier irgendwo... Irgendwo... Irgendwo safe ist. Und check mal nach. Wie ich, äh... Boah, so, jetzt. Settings, Controls. So. Eine Marriete ist eigentlich nice, aber... Brauche ich leider nicht. Tut mir leid. Ich muss halt echt sagen, weißt du, alt bringt irgendwie nix. Nicht? Nee. Wie lange hast du noch mal gesagt hast du Zeit? Äh, bis halb neun, aber ich muss dann irgendwann nochmal einen Rutz weg. Hier, ist was zum Searchen. Ich bin grad in der Kathedrale, ne, falls, äh, ich frag. Wo ist hier ne Kathedrale? Ja, oder alt, was auch immer das hier sein soll. Ah, das kaputte Ding da. Ja, dieses... Große. Ich stell mich jetzt beim Museum Outpost oben hin auf dieses, auf dieses Wagenlicks und warte. Wirst du meine Schüssel nicht? Nee. Hä? Ich bin jetzt mal assi. Was, wo bist du? Äh... Na, alter! Siehst du mich? Ja, auf der Karte. Ja, ich bin wenig weitergelaufen. Wir warten mal, bis was passiert. Ja, ein Vieh. Pfff. Jetzt nicht mehr. Nö. Ich muss zugeben, ich hab voll daneben gezogen. Die Engine verstärkt die Treffer ein wenig. Siehst du mich mit deiner Sniper oder was? Achso, äh... Ne, man sieht ohne Sniper viel besser. Okay. Okay. Okay, da geht kein Crawler auf irgendjemand los. Geht er auf dich los? Kann sein. Ja. Achtung. Ja, der ist hier hochgegangen. Wieder. Voll Leben verloren. Du kannst die Scheiße halt nicht aufnehmen, wa? Hm. Warum? Weil ich voll bin. Bist du voll, ja? Und dich? Äh. Äh... Wir müssten uns echt mal irgendwie zu zweit mit Snipern irgendwohin chillen, wo's eigentlich richtig assi ist. Jo, hätt ich eigentlich auch Bock drauf. Ja, hol den Sniper im Outpost. Nee, kein Bock. Hab ich voll Bock drauf. Nee, kein Bock. Ich will Viecher killen jetzt. Wenn Viecher zu töten wollen, dann bringt mir der... der Sniper weniger. Bis ab, bis oben. Alter. Ich dachte grad, hey. Da ist ein Crawler, der guckt auf uns zu. Alter, ich hab grad gefotzt und geröpst. Das wolltest du glaub ich wissen, oder? Das war jetzt richtig okay, was du gebracht hast. Alter, Alter, bist du das? Ja, ich hab den abgeballert. Hier oben war einer. Ja, hier oben war einer. Ich hab mich irgendwie wie sau erschrocken. Ich dachte echt, das ist jemand anderes. Da ist ein Golem. Ja! Da war ein Golem. Nee, hä? Wofür gab's da grad XP? Alter, wie geil sich die Sniper halt auch einfach anhört. Ich hab den Golem gekillt. Ich hab den Golem gekillt. Okay, gleich kommt was hoch. Nee, ich hab's gekillt. No Scope gekillt, wa? Ich will Action! Oh nein, ich bin runter gespürt. So geil. Ich will Action! Pump runter. Ha! Mit der Cangun. Die hat auf jeden Fall was. Die ist so geil. Also wenn die direkt vor dir sind, machst du die ganz gut weg. One-Hit ist halt viele. Mhm. Aber auf Distanz ist die auf keinen Fall was, so wie die andere schon. Nee, nee. Nee, nee. Ist halt ne Billigwaffe auch, ne? Seht aus ner Büchse und... Wenn nicht, wollen wir's so machen, weißt du, ich chill jetzt. Da oben ist ein Watcher. Oder ein anderes Viech. Guck mal da auf dem Museum. Auf dem... Die Sniper hört sich so geil an. Ist runtergefallen. Lol. Loll. Loll. Ich will gleich mal die Smoke. Also, zwei Metal Pipes. Ich level die hier ein wenig, okay? Ja, ich latsch gerade ohne Promokere halt alles. Aber irgendwie bockt's auch. Ich muss echt sagen. Ich finde es bockt. Es bockt immer noch. Ja. Einfach mal los, eins der viele Spiele, die immer noch bocken. Nachdem man wirklich äh... Shit, sag mal Scheiße gebaut hat. Die ganzen Dreckfücher halt mal wegrotzen. Ja. Mal wirklich so zurückgeben. Ich muss mal eben schnauze. Genau. Ich will mal ne smoke granit probieren. Was? Ja. Na ja. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Guck mal, ich hab übel bis gefurzt alter. Ich seh's. Wenn du das in der Season bringst, alter. Dann schlag ich dich. Was? Smoke granit? Ja, ein Fool. Wir werden niemand vorbeikommen, weißt du? Wir wollen hier Action haben. Wie mit Hot Wheels. Ja, man. Aber was ich auch an Netta wirklich total feiere, ist das Account Level. Ja, das find ich cool. Guck mal, wenn du bei der Z stirbst oder bei Infestation, du hast halt dann gar nichts mehr. Und hier bleibt dir noch was und das ist echt nice. Da ist einer hinter dir. Oh, daneben! Ich werd mal gucken, wie viel Damage der macht. Oh, Attack will happen. Der hat 100 Damage gemacht. Ja? Das ist ja viel. Ja, in 10 Minuten haben wir was zu tun. Ja, wenn das nicht am anderen Ende ist, so High-Rise oder so, ne? Das wär natürlich scheiße, wa? Ja, echt. Ich würd sogar sagen, das wär viel offensichtlicher als bei uns in den Elf. Eigentlich schon, weil hier haben wir ja schon beide. Ich glaub grad weiter hier. Das Wichtigste bleibt hier noch, ne? Ich bin weiter weg jetzt. Guck mal, wenn du deine Ausrüstung verlieren wolltest, also deine Klamotten, dann wär das echt krass assi, weil... Ja, stimmt auch wieder. Kostet Schweine viel. Ja, und mein Ohr. Ebenso wie die Kies. Das find ich echt. Ich kann jetzt mein Ohr nicht kratzen, weil... Warte. Weil wenn ich jetzt mein Ohr kratze, dann... Warte. Ich schieß dir vor's Ohr. Ich schieß es dir auf. Ich kratze jetzt erstmal mein Ohr, ne? Dann kannst du es auf dem Boden kratzen, aha! Ich kratze jetzt echt mal kurz mein Ohr. Mal wieder extrem los. Boah, Alter. Ah, hi. What the fuck? Weiß nicht. Hä? Ding abgeballert. Einmal abgeballert, oder? Ne, ne Frack Grenade geworfen. Ah, ich dachte grad eh. Ich brauchte Platz. Beste Ausrede. Ich brauchte Platz. Leitnissspieler. Ich spreng's dir in so'n Arm weg. Ja, ich brauchte halt Platz, man. Ne, das ist doch kein Spieler. Leitnissspieler. Echt? Ja. Das hau's ruhig reinziehen. Pass auf, ne? Und? Aber lass den nicht killen, komm, lass nicht so arschlochmäßig sein. Ich will das nicht. Seh den nicht, seh den. Ja, der hat nicht. Ja, gut, den lassen wir echt in Ruhe. Ich denke, das ist, das ist doch, eigentlich sollten wir echt niemanden töten, sondern friendly sein. Ja, wir, ich mein, wir sollen ja keine Arschlochschmerzen. Wir sollen halt alles abgeknallt, diese Maffaka. Wir könnten so viele gute Sachen machen. Vollbringen. Leute töten, die böse sind, in unseren Augen. Okay, Reba aber töten. Leute töten, die böse sind in unseren Augen. Leute töten, die nicht böse sind. Ich würd's noch echt begrüßen, wenn man irgendwie die Waffen noch leveln könnte. Soll ich benutzen halt. Das würd ich noch feiern, irgendwie. Wenn nicht, lass uns mal von hier weggehen, weil hier können wir eh nix machen. Lass uns mal zum Best View Outpost gehen, weil da sind die stärkeren Maffaka, die können wir auch wegballern, das ist nämlich das Wichser. Ey, meinst echt, das sind gute Leute? Also starke Leute. Ne, aber Maffaka, die man töten kann. Bei denen, bei denen es nicht wert ist, die Leben zu lassen, sag ich mal. Zwei Stück. Yo, schwiss. Ich sag das, ich sag das mal in Englisch, weil ich mich geil ane. Two enemies spotted. Level 30. Alter, das geht irgendwie so ab. Weil man halt auch das Account Level so geil leveln kann. Ja, es gibt welche, die sind Account Level 50, 60 schon. Obwohl, 60 weiß ich gar nicht, ob das geht, aber ich kenne einen, zwei, die haben... Oh, Golem. Die haben wir jetzt. Hast du Keys dabei? Ja, natürlich. Hier ist ein Auto bei mir. Ja, solange wir jetzt noch geilen Stuff haben, benutzen wir... Weißt du, die Keys behalten wir, falls wir jetzt mal echt... Falls wir mal sterben. Ja. Eigentlich sollten wir echt so ein paar Leute sagen, ihr kommt mit, ihr nehmt bloß ganz normale Messer und dann killen wir die Fiecher, ihr dürft sie looten. Das müssten wir echt so bringen, das wäre nämlich echt... Ja, oder auch mal ein paar Leuten halt ein paar Keys schenken. Mal ganz kurz, ich muss... Ah, kleinen Moment. Du stehst da gut, falls du mich hörst, ne? Wollte ich nur mal sagen. Hier sind zum Glück keine hohen Gebäude, wo Sniper draufstehen könnten. Okay, besser. Ich will nicht genauso dumm sein wie du. Du Lappen. Wow, sorry. Okay, warte. So, wieder da, sorry. Ähm, Essen bestellen. Alter, du bist total leise. Äh, es kann sein wegen dem... Äh, war ich in... 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 Is' there'n Kälte or? Ach, Quatsch. Da kommen nicht massig auf dich zu. Oh, da hinten auch. Ich nehm echt die Pistole grade, ne? Alter. Ich drehe mich so um, steht hinter mir direkt einer. Okay, ich hab' keinen Platz mehr. Wir sollten... Aw bow, wir gehen jetzt mal... Kurz runter zur Lakeside save-zone, damit wir mal ein bisschen Monster-Stuff safen. Please. Weißt du was scheiße ist? Ich hab vorhin Monster-Stuff weggeworfen, damit ich hier anderen Stuff reinmachen kann. Ja, ich will da gleich eintauschen gegen irgendwas. Achso, ja. Gibt ja auch XP teilweise. Also, du kannst es machen? Ja. Lass es echt so irgendwie machen, weißt du, dass einer hier... Du behältst halt nur Ammo und Essen damit dabei. Und dann kannst du die Sachen looten, weißt du. Wir wollen ja die Scheiße nicht einfach kaputt machen umsonst. So böse sind wir nun auch wieder nicht. Du meinst, es gibt XP ja, also umsonst ist hier ja nicht. Ja, aber... Der Stuff geht ja verloren. Wenn wir dann auch in der Salesforce sind, bin ich nochmal kurz weg. Ganz kurz, ja, dann hab ich echt die Aufnahme für einen kleinen Moment. Ja, weil meine Eltern von morgen in Urlaub wohnen. Oh, Achtung, Spieler. Schnell in die Saison! Ach, die haben eh keine Chance, Alter. Doch, der eine hat einen Kenngang. Ah, der hat einen Kenngang. Oh, ich mach mal kurz, mach mal kurz. Ähm, ich geb denen kurz was. Ja gut, die rennen weg, dann kriegen sie halt keine Schlüssel. Den mit der Kenngang hätte ich echt weggeballert, wenn wir nicht weggegangen, ja? Ja, also sobald ich... Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Leute, die mit einer Nahkampfhaffe rumrennen, dass wir die nicht wegballern. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall. Die können zwar auch eine gute Knache haben, aber... Wenn sie die rausholen, dann ballern wir sie weg. Aber sonst... Sobald die Gegner eine Knache rausholen, auf uns zielen damit, offensichtlich, dann knallen wir die weg. Ja, aber sonst echt eigentlich nicht. LOL! Guck mal! What? Hier ist ein alt nackter, der auf dem Boden croucht, also... What? Wie kann man sich überhaupt hinlegen? Aber du kannst dir Sachen kaufen. Geil! Werf denen mal einen Schlüssel hin! Bitte! Ja, komm, warte mal, ich mach das jetzt echt. Komm, weil er so geil ist. Die sieht man fast gar nicht. Da liegt ne Waffe. Ja, wo ist denn der Schlüssel? Alter, die Schrotze da hinten. Oh, Junge, ich bin da so geil. Ich möchte nix zu tun. Also, bist du kurz weg, dann... Ich will mich sogar, glaub ich, auch auslocken, äh, an deiner Stelle. Wenn die Safe Zone an einem Attack ist, auf einmal... Was ist das denn? Ja, dann spawnen halt beide wieder woanders, das ist die Scheiße. Und wir sterben? Ach so. Ja, wenn wir auf dem gleichen Server wieder machen, dann... Ach stimmt, weiß ich selbst nicht, ob das noch wieder alles ist. Ja, dann würde ich sagen, dann suchen wir uns. Alter, was ist das denn? Extra Large Backpack? Ne, brauch ich nicht. Ich hab den roter. Wo ist denn der Carl? Ja, klauen wir uns einmal. Mein Kummer ist auch schon viertel neun, das lohnt sich dann eigentlich auch nicht mal nochmal anzufangen. Viertel neun? Ach so, ah. Soll ich Peppy wieder was anstellen dann? Hm? Ich hab keinen Gleiter fällt mir auf, ne? Ich fühl mich so nackt. Ja, aber einen Gleiter könnte man eigentlich auch mal dabei haben. Hat doch einer Bock, ne? Ich bring das jetzt, weiß ich. Ich leg die, ich leg die... Ich verkauf die Katanas von dem. Von weh. Der wirft da grad Sachen weg, ne? Ich nehm die und verkauf's. Ich muss auch mich bereichern hier. Oh, ein Gleiter! Danke. Alter, der... Alter, der hat... Das ist doch der Hacker hier, oder? Der hat auch gekauft. Level 31 bin ich jetzt geworden. Okay, ich bin Level... Ja, auch Level 31. Ja, komm. Oh, hier ein Sonic Repulsor. Die kann ich dir auch kaufen. Alter, das ist der Hacker. Ja, ist einer von denen. So, jetzt hab ich auch mehr Damage mit allen Waffen. Hast du echt 25% draufgekommen? Äh, nein, ich hab jetzt den ersten Skill komplett geskillt. Genauso wie den dritten, dass ich das Hellsdinger mehr heilen halt. Okay. Weiß nicht... Ich find's nicht traurig, wenn ich jetzt wieder irgendwie 10 Geld nur noch hätte. Ich mein, ich hab jetzt schon die Hälfte ausgegeben, ne? Mhm. Ah, not enough space, das regts so auf. Ja. Und nicht nur... Also wenn man die Keys nicht verliert... Ey, die Riverside Safe Zone ist under attack. Nimm ich die erstmal mit. Kubi, als, als gute, ähm... Hüter der Gerechtigkeit müssten wir jetzt eigentlich die Riverside Safe Zone hier... Hacken. Ja, na, eigentlich schon. Nicht hacken, du Bob. Aber will ich mal mit der Schrotze spielen. Ballert die? Die Schrotze, die ist total geil, ja. Ja, ich würd jetzt halt die Riverside Safe Zone, äh... Machen. Ja, musst nur kurz weg. Äh, weiß ich nicht. Weil ich würd die Safe Zone halt gerne, äh, gerne repairen. Oh, geil, schön warm hier. Oh, geil. Äh. Jetzt kommt's Safe Zone, der Attack, der wirft da einen Frack Renate rein. Oh, komm, der wirft grad allen Shit da rein, ne. Ja, Dr. Spec, grab ich mir einfach mal. Ja, ich hab davon auch neun, ne. Boah, das ist aber schon traurig, dass wir jetzt alle, dass jetzt ein Hacker alles verkackt hat hier, ne. Ja. Grob gesagt. Ja. Irgendwie nervt's mich. Komm, es macht auch Spaß. Weil jetzt viel weniger Spannung jetzt im Spiel. Weißt du, bist du tot? Ja komm, scheiß drauf, ne. Können wir nochmal machen. Aber es macht halt Spaß. Es macht einfach richtig Bock. Ja. Cool, mit diesen Worten, meine Freunde, würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüüü.. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü, hieieieieieieieie.